Einen wunderschönen guten Tag im Internet, willkommen in der dritten Folge von Sonic Frontiers. Wir sind natürlich hier immer noch auf der allerersten Insel und müssen den Chaos Emerald finden einerseits. Andererseits auch hier ein paar Münzen einsammeln und die Aufgaben lösen, die es hier gibt. Komm, gib mir da die 10er Münzen. Warum gibt er die nicht? Oh, ein Herz. Okay. Der hat mir doch gestern da die 10er Münzen gegeben. Komm, wir machen das einmal noch, wenn sie jetzt nicht kommen. Na, kommt nicht. Okay. Naja. Was gibt es hier zum Erledigen? Ein Rätsel. Äh. Also, ich muss wahrscheinlich drüber laufen. Ah, und dann habe ich es. Cool. Also, wir haben das nächste Rätsel, also Rätsel ist abgeschlossen. Und wieder ein bisschen was von der Karte freigeschaltet. Ist ja besser als nichts, ne? Mitnehmen und dann die Duma schnell hier noch drauf. Komm, hier. Ah, ich will, komm schon. Ich will da das Ding erwischen. Ja, sehr gut. Und hoch. Genau. Oh, okay. Guck mal, dich können wir noch mitnehmen. Lila-farbene Münzen sind einzigartig und werden in lila-farbenen Portalen verwendet. Sammle so viele wie möglich und suche nach versteckten Portalen, um sie einzusetzen. Okay, machen wir. Guck mal, euch sammle ich mal alle noch ein. Dich auch. Wie mache ich das hier kaputt? So vielleicht? Ja. Sehr schön. Okay. Ähm. Guck mal, da ist noch ein Rätsel. Und da. Guck mal auf die Seite da. Komm, mach ihn kaputt. Na los. Ah, scheiße. Die ganzen schönen Münzen. Oh, Mann, ey. Na, komm. Weg da. Erholt sich denn das Ding? Oder wie läuft das? Ja, sehr gut. Nein, er hat mich wiedergeknüpfen. Ah, läpp mich doch am Zickerli, ey. Guck mal. Guck mal, jetzt hat er sich schon wieder erholt. Na, komm. Äh, na. Mann, no matter, du. Komm, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Das ist, äh, brutal. Na, komm. Und nochmal. Oh, Mann. Äh, oh, Mann. Kann ich das doch langsam mal marschlecken hier. Na, komm, komm, jetzt. Lass mich dich jetzt bitte erwischen. Ich check's nicht. I don't get it. So, mach mal halt dich. Da weiß ich, da muss ich so. Und dann ein paar Mal draufhauen. Komm. Sehr gut. Nochmal. Und nochmal. Einmal noch, komm. Sehr gut. Oh Gott. Super. Ah, ich dachte schon, ich kann nicht mehr als drei haben. Das wäre ein bisschen komisch gewesen, denn, äh. Wenn da die... Hoppala. Wenn da die Sachen schon... Fünf kosten. Ah, warte. Da geht's doch hoch. Äh, lass mich aber das noch nehmen. Danke. Hier, so. Warte, komm mal. Komm schon. Sehr gut. Oh, okay. Guck mal, da unten ist noch ein, äh... Das ist ein Rätsel, oder? Genau. Genau. Lass erst mal hier hochgehen. Nee, wait a minute. Noch nicht. Bitte. Not now. Was muss ich denn hier machen? Okay. Oh, shit. Nicht so viel Zeit, ha? Mach ich das im Besten. Was ist hier? Nein, das ist Ablenkung. Scheiße. Ja, ja, Beeilung. Ich bin ja dran. Ich bin ja dran. Was ist denn da los? Das ist noch ein... Großes Monster. Hab mich abgeschossen. Das ist das Wichtigste. Noch mehr fraggeschaltet. Super. Okay. Lass mal... Ja, geh mal weg da. Bitte. Weg, 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 weg. Oh. Nein. Oh, wieder so ein blödes Ding. Ich glaub's ja nicht. Lass ich mal in Ruhe, ey. Die da, die nehm ich. Ja, okay. Ich muss da wirklich draufhauen, sonst geht es zu lange. Ich wollt nämlich was probieren, aber... Das hat nicht... Funktioniert wie erwartet. Egal. Sehr gut. Einmal noch. Ey. Perfekt. Lass es mal explodieren. Wunderbare Sache. Was haben wir hier sonst noch so? Wo führt... Wo führt mich das insgesamt hin? Also. Oh, nee. Ich will da nicht den ganzen Weg zurückgehen. Hoppala. Nee, nee, nee. Geh da mal hier drauf. Und so. Okay. Wie komme ich hier hoch? So. Okay. Hoppala. Okay. Nein. Oh. Ich hab mich verdrückt. Ja. Kann passieren. Jetzt hab ich verkalkuliert. Passiert den Besten. Das wollte ich nämlich drücken. So. Da müssen allerdings noch da die Dinger hochkommen, ne? Hoppala. Das war nicht geplant, aber gut. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Für was ist das? Ah. Ah. Aha. Sehr cool. Hier werde ich den... Würde ich den Chaos Emerald finden? Führe Coco zum ältesten Coco. Ja, ja. Ist er... Was ist das? Das ist der älteste Coco. Du bist ganz schön flink, hä? Ich heiße Sonic und der Name ist Programm. Du kommst mir anders vor als die anderen Maskentypen. Wir sind Coco und wir haben seit uralten Zeiten überdauert. Mein Name ist dem Strom der Zeit verschollen. Nenn mich einfach Ältester. Es ist meine Aufgabe, mich um die Kleinen zu kümmern. Aber ich habe viele aus den Augen verloren. Äh... Sonic, könntest du meine Schützlinge zurückbringen? Klar, ja, ja, bla, 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 bla. Ah, da, 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 Tempo erhöhen. So. Spoke with Elder Coco for the first time. Gut. Je mehr Coco ich bringe, desto mehr... ... kann er für mich machen. So. Okay. So, jetzt bin ich Stufe 6. Das heißt, ich kann... ...das hier freischalten. Alter Elder... Oh, jetzt kommt wieder ein Tutorial. Oh, ja. Ha, ha, ha. Sehr gut. I'm ready. Halte L2 in der Luft oder während einer Kombo, um Solid Boom zu aktivieren. 10 Fertigkeitspunkte kostet es. Ein rasanter Zickzack-Angriff. Was macht das da schon wieder? Lufttricks können ausgeführt werden. Stampf-Angriff, bei dem du dich von oben auf ein Gegner stürzt. Das kostet dann 20 Punkte. Fahrgeschaltete Kampf-Fech. Ja, das können wir dann gucken, wenn es dann so weit ist. Na? Komm, gib ihm. Alter. Perform the Phantom Rush for the first time outside of the training simulator. Ja, ja. Also, ja. OP-Damage, Mann. Also, halt jenseits von Gut und Böse, dieser Damage. Heilige Scheiße, du. Was haben wir hier? Okay. Ja, und jetzt? Hier hochgehen und dann? Ah, schon fertig. Auch gut. Sehr gut. Ähm, zeigt mal die Karte. Oh, da sind aber einige so nicht freigeschaltet, ha? Was ist das? Ah, das ist der, der, ist nicht mal angeschrieben. Okay, da sind noch zwei Erinnerungen. Oh, da ist auch eine. Aha. Ja gut, ein paar Erinnerungsstücke sind noch da, aber die sind jetzt mal nicht so relevant, würde ich behaupten. Wenn man das Spiel auf Platin haben will, dann ist es vielleicht schon relevant. Haben sie eingesammelt? Nee, natürlich nicht. Hier mal noch. Oh, ein Schlüssel. Okay. Ein Modul wurde in Ziegelung, kann jetzt mit Modulschlüsseln geöffnet werden. Schöne Sache. Das ist das, was da gelb leuchtet, ha? Mach mal. Jetzt geht doch. Hier kann ich noch was freischalten. Ich hab das Gefühl, da muss ich den hier machen. Korrekt. Ich bin ein kluges Köpfchen, das weiß ich schon. Ich bin ein kluges Köpfchen. Guck mal, wieder ein bisschen was freigeschaltet. Super. Super duper. Äh, ich nehme das gleich mal mit da. Oh, guck mal, jetzt ist es auch hier. Aha. All right. Wo führt mich das denn hin? Ein bisschen weit weg. Ich hole eigentlich da zum Chaos Emerald. Zugangsvoraussetzung 0. O within. Mal. Nein. 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 Ja, was zum Fick ist das denn bitte? Bisschen groß der Kollege. Bisschen sehr groß der Kollege. Du, verschwinde. Sofort. Wo kommst du denn her? Steckst du auch fest? Nähere dich nicht dem Titan. Sorry, Kleine, aber ich hab hier zu tun. Wenn wir Glück haben, wird er dich zerstören. Oh boy. Okay. Diese Glück, ich muss dich enttäuschen, kleines Mädchen. Du wirst kein Glück haben. Hier wird nämlich gar nichts zerstört. Siehste? Ach so, dein Titan wird zerstört. Ich nehm zurück, was ich gesagt hab. Okay, auf herkömmliche Art niedrig das Ding nicht um. Ich brauche die Chaos Emeralds und vielleicht auch etwas Glück. Ich glaub, du brauchst verdammt viel Glück, mein Freund. Naja, sprich mit Amy. Machen wir morgen. Wie heute ist erstmal Schluss. Ich bedanke mich für den Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.